Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Freitag mal wieder, der 23.08.2019 um 6.12 Uhr und ja, ich bin fit für den Tag. Ja, ich würde schon sagen, ja, letzter Arbeitstag die Woche, nächste Woche nochmal zwei Tage arbeiten und dann habe ich erst mal drei Tage frei. Da freue ich mich schon drauf. Ja, mal gucken, was heute so ansteht. Normalerweise ist heute Anhörungstag, das heißt keine Nachhebung machen, sondern Anhörungsschreiben, verschicken. Aber es könnte durchaus sein, dass ich heute zwei Kolleginnen aus einem anderen Bereich einarbeiten darf in die Nacherhebung. Ja, und mal gucken. Gestern noch vor Feierabend eine Mail an die Chefs geschickt und gesagt, so sieht es aus, was soll man machen? Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die gestern noch darauf reagiert haben. Oder ob ich dann erst heute eine Rückmeldung kriege. So gegen neun müsste ich es wissen oder ab neun, sagen wir es mal so. Und dann schauen wir mal, kann es sein, dass ich dann heute mit anderen Kollegen zusammensitze und ihnen erkläre, wie man falsch gezahlte Maut oder unzureichend gezahlte Maut nacherhebt. Warum nicht, oder? Ansonsten, was gibt es zu erzählen? Gestern habe ich nicht gestreamt. Ich war gestern bei Dreispringer, habe mich mit dem Frank getroffen. Wir haben gut eine Stunde gequatscht. Und ab September werde ich Sie jetzt ein bisschen unterstützen in verschiedenen Social Media Themen. Und jetzt am Wochenende werde ich mir da schon mal den ersten Eindruck der unterschiedlichen Kunden machen und die Facebook-Seiten checken und schauen, was man da vielleicht noch alles so anstellen könnte. Ja, da war ich irgendwann um 18 Uhr zu Hause, war vorher noch beim neu eröffneten Edeka hier um die Ecke. Also es ist jetzt wirklich zu Fuß, drei Minuten Edeka hier aufgemacht, wo ich so denke, hä, der nächste ist doch am Nollendorfplatz, da laufe ich acht Minuten hin, warum muss das so sein? Aber ja, ist halt so. Ich will mich nicht beschweren, für mich ist es super, weil es halt noch näher dran ist, noch näher als der Rewe sogar. Ja, war rammelvoll, war neu, Livemusik, Zuckerwatter haben sie verteilt, ein Panda-Bär lief davor rum und tanzte zur Musik. Der war ein bisschen schmal, der Panda-Bär, eigentlich sind die ein bisschen dicker. Und das war aber ein junger Student, schätze ich mal, und der war halt eine Bohnenstange. Aber ja, egal, den Kindern hat es gefallen, glaube ich. Ja, und gestern Abend habe ich da noch ein bisschen Fallout gespielt, während ich dem Chris beim Stream zugeschaut habe. Hunt, Showdown oder was er da spielt, sieht so ein bisschen nach Wild-West-Zombie-Monster-Shooter aus. Aber es ist, glaube ich, auch ein PvP-Aspekt drin, weil Chris gestern so ein bisschen meinte, es gibt Leute, die campen in dem Spiel und scheinbar spielt man da gegeneinander. Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, es wären nur NPCs, aber scheinbar sind auch ein paar der Kontrahenten dann echte Menschen. Ja, und irgendwann so gegen 21 Uhr bin ich ins Bad, und dann habe ich noch ein bisschen gelesen, versuche halt mittlerweile wieder ein bisschen mehr zu lesen. Lese mich gerade in den ersten Roman, DSA-Roman zur Philiason-Sagereien, nordwärts heißt das Ding. Habe ich auch als Paperback, oder sagt man Paperback dazu, also als Papierversion. Lese es aber natürlich auf dem Tablet. Ja, und dann bin ich irgendwann um halb elf, glaube ich, eingeschlafen. Laut Uhr habe ich nur drei Stunden gepennt, aber es waren mehr, also es waren mindestens sechs, weil ich halt nicht um zwei Uhr aufgestanden bin, sondern um fünf Uhr dreißig oder fünf Uhr zwanzig. Ja, und jetzt geht es gleich ins Büro. 15 Uhr ist heute Feierabend, heute mache ich mal nicht bis 16 Uhr. Und dann mal gucken, was der da heute noch so bringt. 18 Uhr ist ein bisschen Stream. Fortnite ist angesagt. Und mal gucken, wer heute alles mit dabei ist. Und ansonsten, Wochenende, schauen wir mal. Es kann sein, dass ich irgendwann mich mit dem Germain treffe. Der wollte mir irgendwie mal sagen, wie er Zeit hat, bevor er dann wirklich weg ist. Ich meine, in zwei Wochen oder anderthalb fliegen die ja schon. Und vielleicht sieht man sich ja nochmal davor. Ich täte mich sehr freuen. Aber der ist ja gerade noch auf Arbeit und eh der zu Hause ist, glaube ich, auch mittags. Ja, Samstag ab 12 ist die vierte Folge von Life is Strange geplant. Und am Sonntag werde ich ab 12 ein bisschen Red Dead Redemption spielen. Wir hatten ja letztes Mal vor zwei Wochen, letztes Wochen war ich ja gar nicht zu Hause, vor zwei Wochen hatten wir das Lager aufgewertet, haben jetzt irgendwie eine Map zum Überfallen, eine Map zum Jagen, Dietrich haben wir gekauft, einen Kaffeekocher, dass ich unterwegs auch Kaffee machen kann. Ja, ich bin eigentlich jetzt perfekt ausgerüstet, glaube ich. Naja, wir gucken mal. So, ich wünsche euch was. Habt einen schönen Freitag. Kommt gut ins Wochenende. Frau Muschel und Herr Sperro, ich hoffe, ihre erste Urlaubswoche war gut. Und Benni hat, glaube ich, Wochenende dieses Wochenende. Der hat, glaube ich, zwei Tage am Stück frei. Mal gucken, was er damit macht. Also, bis demnächst. Ich wünsche euch was, wenn ihr mögt, bis heute Abend. Und ansonsten bis zum nächsten täglichen Vlog, der da stattfindet, morgen um Vormittag irgendwann. Bis dann. Ciao.